Willkommen zurück zum vielleicht letzten Teil von Monkey Island 2 so wir hatten den Schatz Big Whoop gefunden, wurden von LeChuck ein klein wenig mit einer Voodoo-Puppe geärgert und sind jetzt in irgendeinem... Hey, es ist nur ein Balloon in hier! Was? All of them? Hey, Guybrush, it's voodoo time! Das ist ja wieder I know you're upset! Can't be fucked, it's over! Holy cow, these are my parents! That wouldn't be polite Hi, Mom. Dad looks a bit looser Hey, Guybrush, it's voodoo time! Das ging ja fix. Ich würde aber hier noch ein gucken. Can't we talk this over? Mieser Hund Ja, hier waren wir schon Und hier wollten wir, glaub ich, noch was nachsehen, genau. There's a syringe in here! Oh, there's stuff in it! Hey, Guybrush, it's voodoo time! Bläderhund, wir müssen schon mal was finden! Service Elevator, 1000 lb limit 900 lb 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 never 100 lb 000 lb Es sieht auch groß und schwer 00rt 900 lb Morgan 100 lb 900 lb 500 lb 800 lb 100 lb Ah ne, das Brecheisen habe ich ja nicht mehr. Jetzt komm schon. Dann eben später. Es sagt E on it. So, uh... It's open. That doesn't seem to work. That won't do much. Wee! Um... Um... Uh, can't we talk this over? It's a pair of surgical gloves. Da war ja noch was drin da. Verregt. Ah ha! Caught ya! Oh... Let's bury the head! Ah! 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 This is no time to be playing doctor. Es ist immer Zeit für Doktor Spiele. Hey, Guybrush! Hold on! Jetzt mach mich doch mal in Ruhe! Ja! Da war ja! Aaaah! Oh! Oh Ờ! Ah! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nein. Let me explain! Um... Nein. Hier, da war's. Jetzt, du kannst es. Uhhh... Hold'an! I-I-I-I-I-I-I-I-I-I! Ah! 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 Oof! Now you're gonna get it. Eheh! Ow! 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 This is hauntingly familiar. Meow. Oh, a circus. I love a circus. So, aber... That's two ingredients. Das? That's three ingredients. Asche. Was brauchte ich denn noch fürs Mudo-Rezept? Something of the thread, something of the head, something of the body, and something of the dead. Also, Moment. Müsst du doch eigentlich alles haben, oder? Ich dachte, wir haben jetzt alles, oder? Something of the thread, something of the head, something of the body, and something of the dead. Ah, ha! Caught you! Ah, ha, ha! Oh, ha, ha! Oh, ha, ha! Oh, ha, ha! Oh, ha! Da haben wir ja schon reingetan. Was war hier? Vielleicht brauchen wir den ja doch voll. I wouldn't want to open them all. Hey, Guybrush! It's voodoo time! Let's discuss this, like crashing on the belt. Ah, ha, 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 ha! Ah, ha, 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 ha! Hm... Ich glaube, trotzdem, im dritten Versuch habe ich es noch nicht geschafft, mir hier eine Puppe auszuklauen. Well, it doesn't seem to open. I'll just take one. Hübsch. That's three ingredients and the doll. Wir hatten doch ein sauberes weißes Taschenbohr. Irgendwann... Ich glaube, im letzten Teil haben wir ihm ja darum gebeten, uns nicht so voll zu... Hey, Guybrush! Es ist Voodoo-Time! Hier, probier das! Jetzt... Ist das besser? Sind wir sicher, dass du das machen willst? Okay, brother! Watch out, cause I've got my own doll now! I don't think the Chuck's close enough for it to do anything. Okay. Hey, Guybrush! Es ist Voodoo-Time! Das ist ziemlich gut, Guybrush! Aber nicht gut genug, um mich zu stoppen! Sicher? Jetzt muss ich ihn holen, oder was? Oh! Es ist du! Was? Das wieder? Oh, look at me quakin' in me booties! Ich lacht auf dich und deine PUNY-Voodoo-Tinkerings! Na-ha! Du hast mich nicht schrecklich! 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 Du hast mich nicht mehr als das! Was machst du jetzt? Ich wundere, was würde passieren, wenn ich das Fuß aus dem Ding ausbebebe! Das ist schon ein bisschen... Ach, Guybrush, was tust du denn? Guybrush! Was? Komm hier! Kein Weg! Ich bin nicht so schrecklich! Aber ich will, dass du... Geh meine Maske aus! Sieh das wahrliche Gesicht von deinem Bruder! Noch mehr Star Wars Anlehnungen? Keine Chance! Ich werde einfach rauskriegen, wenn ich nahe mich zu nahe bin! Gah-gah-gah-gah! Nein, nein, ich versichere! Bitte, komm und weg die... ... die Maske! Okay, wenn man das verspricht! Oh, all right! I'm coming over! Gently now! Remove my... ... mask! Oh, mein Gott! You're... ... my creepy brother Chucky! What? Did you think I was kidding before? Ob ob der Anblick jetzt viel besser ist? ... 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